Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jenny Siering und du hörst heute deinen Herzzeit-Podcast zu deinem Glück und zu deinem Herzen. Ganz am Anfang möchte ich Danke sagen. Danke für all die Zuschriften, die ich in der letzten Zeit per E-Mail, per Instagram von euch bekommen habe, über die Podcast-Folgen. Manche haben sogar gesagt, dass sie manchmal nachts mit mir sozusagen einschlafen oder auch wenn sie schlaflose Nächte haben, dass sie manchmal meinen Podcast hören und dadurch dann irgendwann einschlummern. Erst habe ich so gedacht, ist das überhaupt ein Kompliment? Aber ja, das ist es. Ich merke immer wieder, dass meine Stimme doch sehr beruhigend sein kann. Und auch für all die, die mir bei iTunes eine Rezension hinterlassen, ein Feedback. Das ist für mich so viel wert, weil immer mehr Reichweite da aufgebaut werden kann und immer mehr Leute erreicht werden können. Und das ist das, was ich möchte. Aber da erzähle ich euch später nochmal was dazu. Also wenn du bei iTunes ein Konto hast, nimm dir ein, zwei Minuten, mir eine Bewertung dort zu hinterlassen, wenn dir der Podcast gefällt. Wenn nicht, lass es einfach und schreib mir eine E-Mail, was ich vielleicht verbessern kann. So, in der heutigen Folge geht es um 100% Verantwortung für dein Leben und dadurch bekommst du 100% Leben zurück. Hol dir sozusagen deine Macht über dein Leben wieder zurück. Und du hast es vielleicht schon mal in der Persönlichkeitsentwicklung gehört, vielleicht auch im Yoga, dass du zu 100% verantwortlich bist für dein Leben und zu 100% Verantwortung übernehmen musst. Es heißt im ersten Step, alles, was in deinem Leben passiert ist und alles, was noch in deinem Leben passieren wird, basiert darauf, was du wolltest oder was du nicht willst. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, ey Jenny, das sind aber echt harte Worte, die man da sagt oder die du auch sagst. Und das kann ich total verstehen, weil wahrscheinlich ist in deinem Leben etwas passiert, wo du sagst, das habe ich nicht zu 100% so gewollt. Es war so schlimm. Wie kann ich das überhaupt gewollt haben? Und dazu gehe ich später noch ein. Und wenn du dich da wieder findest und sagst, oh, ich gehe jetzt auf Abwehr und ich höre mir diesen Podcast nicht weiter an, weil ich wollte nicht, dass ich vergewaltigt worden bin. Ich wollte nicht, dass mich der Partner verlässt. Ich wollte nicht, dass ich ausgebeutet werde in meiner Firma. Ich wollte nicht in diesem Gebiet wohnen, wo ich keine Chance hatte auf Erfüllung in meinem Leben. Dann würde ich dich bitten, bitte bleib dran, weil ich möchte dir einfach ein Tool an die Hand geben oder auch mit diesem Podcast einfach die Augen öffnen, warum es gut ist, dass dir das passiert ist. Und ja, wie meine Sicht der Dinge ist, warum das passiert ist. Also wenn du jetzt sagst, ja, okay, ich möchte irgendwie 100% Verantwortung ab jetzt für mein Leben übernehmen, aber das, was da früher passiert ist, dafür konnte ich wirklich nichts. Ich gehe davon aus, dass unsere Seele, wenn sie hier auf die Welt kommt, einen Auftrag hat. Ein Auftrag, den die Seele sich selber gegeben hat. Und es gibt da so ein ganz wunderbares Buch von Neil Donald Walsh, das heißt, Ich bin das Licht. Und dieses Buch hilft mir immer wieder, wenn ich so ein bisschen gerangel mit Menschen habe oder auch in meiner Bürozeit, die dann irgendwann nicht mehr so einfach war, habe ich mir immer wieder dieses Buch geholt und habe es immer wieder gelesen. Ich habe es auch schon sehr oft verschenkt. Ich gebe das auch noch mal in die Shownotes rein. Es ist wirklich eine ganz schöne Geschichte, die geht ungefähr so 20, 25 Minuten. Am liebsten würde ich sie dir vorlesen, aber das darf ich natürlich nicht. Aber ich gebe dir mal so einen kleinen Ausdruck oder so ein kleines, ja, so einen groben Plan, wie diese Geschichte halt einfach geht. Und vielleicht hilft sie dir, genau das zu sehen, warum du 100% Verantwortung ab jetzt übernehmen kannst für dein Leben und warum das passiert ist in deinem Leben und du jetzt dadurch vielleicht einfach lernen kannst. In dieser Geschichte, Ich bin das Licht, geht es darum, dass zwei Engel sich im Himmel begegnen. Und in diesem Himmel ist es so wunderschön, da ist immer nur Licht, überall ist Licht. Und dieser eine Engel, der sagt so, ja, ich möchte mich irgendwie anders erkunden. Ich möchte gerne mehr fühlen, weil hier oben im Himmel, da sehe ich nur Licht und ich sehe um mich herum auch nur Licht und ich möchte gerne vergeben können. Ich möchte gerne wissen, was Vergebung heißt. Und dieser Engel spricht dann auch mit Gott und Gott sagt, okay, wenn du das wirklich möchtest, Engel, dann gebe ich dir die Aufgabe, dass du nach unten gehen darfst auf die Erde und dort vergeben darfst. Aber dafür brauchst du jemanden an deiner Seite. Und da trifft der zweite Engel auf. Und der zweite Engel, der genauso leuchtet, wie der andere Engel sagt, wenn du es möchtest, dann gehe ich mit dir nach unten und ich werde dir etwas so Schlimmes antun, dass du dann vergeben üben kannst. Aber denk dran, jetzt bin ich Licht, jetzt bin ich Liebe. Aber dann, dort unten in der Welt, dort muss ich dir etwas antun, damit du dieses Vergeben üben kannst. Und ich bitte dich darum, dass du es erkennst, warum ich das getan habe, weil du es möchtest. Und die beiden Engel gehen dann auf die Erde und verabreden das, ja, sie beide gehen nach unten. Und dann darf dieser Engel vergeben üben. In meinen Worten ist es so, dass wir uns ja im Himmel immer ausgesucht haben, warum wir auf diese Erde gehen wollen und welche Aufgabe wir hier haben möchten, welche wir uns aufbürden auch. Und seitdem ich das weiß, ist es für mich einfach leichter, warum manche Sachen einfach in meinem Leben passiert sind, wie sie passiert sind, weil ich jetzt zum Beispiel Herzzeit aus diesem Grund auch, ja, gegründet habe. Es sind Sachen passiert, ich hatte sehr, sehr viel Liebeskummer in meinem Leben und habe irgendwann gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich nehme 100 Prozent Verantwortung für mein Leben und ich möchte, dass das anders ist. Und all das, was mir im Liebeskummer passiert ist, was mit mir und meiner Familie passiert ist, all das macht es, dass ich das jetzt bin, was ich bin und ich kann dadurch helfen. Ich habe gesehen und ich habe erkannt, warum etwas passiert ist in meinem Leben. Und diese Puzzlestücke, die gehen langsam so zusammen, dass ich merke, ah, deswegen ist das passiert. Deswegen habe ich auch manche Erinnerungen noch an die Kindheit, bruchstückhaft an manche Ereignisse und an manche nicht, weil die genau wichtig für mich waren. Und vielleicht hilft dir diese Geschichte schon einfach zu erkennen, dass, wenn wir wirklich vergeben wollen, wir uns das selber ausgesucht haben. Und es ist eigentlich diese 100 Prozent vergeben, dass du 100 Prozent Verantwortung übernehmen kannst und somit 100 Prozent Macht wieder über dein Leben hast. Vielleicht bist du aber noch in diesem Modus, wo du wirklich sagst, ne, weiß ich noch nicht. Und vielleicht kannst du auch mal überprüfen, wenn du jetzt merkst, ja, irgendwie Jenny, hast du recht. Was gibt es denn da für Beispiele? Was kann sich in meinem Kopf vielleicht abspielen? Und es gibt viele Menschen, die überhaupt keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen, die einfach sagen, alles, was mir passiert, das passiert mir, weil andere Menschen daran schuld sind. Zum Beispiel, ich kann nicht lieben, weil ich zu oft verletzt wurde. Ich kann nicht fröhlich sein, weil mir als Kind Schlimmes angetan wurden. Ich kann nicht leben, so wie ich es möchte, weil mein Mann das nicht möchte. Ich kann nicht reisen, weil ich schüchtern bin und meine ganze Familie ist auch schüchtern. Ich kann nicht dies oder jenes machen, weil mir als Kind das und das angetan wurde. Ich darf nicht glücklich sein, weil mein Kind gestorben ist. Ich kann mein Leben nicht planen, weil mir mein Partner dazu fehlt. Ich kann in meinem Job nicht so wirken, wegen meines Chefs oder meinen Kollegen. Deswegen werde ich nie Erfolg haben. Und das sind alles Sachen, die wir uns sagen. Und damit geben wir der Person Macht, die in diesem Spiel mitspielt. Also zum Beispiel der Partner, der fehlt sogar, der, dass du dein Leben nicht planen kannst. Dann gibst du der Person, die noch nicht mal eigentlich da ist faktisch, die Macht, dass nur dein Leben gut werden kann, wenn dieser Partner da ist. Oder wenn du ein Thema mit deinem Vater oder mit deiner Mutter hast, gibst du ihr diese krasse Macht, dass dein Leben nicht so sein kann, wie du es gerne möchtest. Und wenn du jemand anderes diese Macht übergibst in der Vergangenheit, dann kannst du nicht so wirken, wie du es gerne möchtest, weil du immer noch an der Vergangenheit hängst. Du bist immer noch in dem, mir ist das passiert. Das Leben ist gegen mich. Und du hast nicht diesen Satz, das Leben ist für mich. Alles das, was passiert ist, ist deswegen passiert, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Und diese Verantwortung nimmst du jetzt wieder zu 100 Prozent, dass du sagst, dass alles, was in der Vergangenheit passiert ist, dass es passiert. Und die Vergangenheit hat keine Macht mehr über mich. Die Vergangenheit und diese Person in der Vergangenheit haben keine Macht mehr. Ab jetzt kann ich mein Leben so kreieren, so gestalten, so bunt haben, wie ich es möchte. Und wie viel Kraft gibt uns das, wenn du das nochmal wirklich so hinterdenkst, dass diese Person in der Vergangenheit jetzt nicht mehr deine Macht haben, sondern du deine Macht hast. Und ich mache gleich auch nochmal eine Meditation, eine geführte mit euch, dass du da einfach nochmal tiefer loslassen kannst, nochmal vergeben kannst. Und auch in diesem Hinblick oder mit dieser Geschichte, die ich dir schon erzählt habe, dass du da einfach mal schaust, was gibt es da eigentlich in deiner Vergangenheit? Wen gibt es da noch, der sozusagen deine Zügel in der Hand hat? Es ist dein Vater, es ist deine Mutter, es ist ein Chef, es ist etwas, was dir früher passiert ist. Und es gibt zum Beispiel viele Menschen auf dieser Welt, die ein ganz, ganz schlimmes Schicksal hatten, die früher vergewaltigt wurden und jetzt zum Beispiel Menschen dabei helfen, wie sie aus solchen Kreisen der Vergewaltigung des Missbrauchs rauskommen. Es gibt Leute, Menschen, die haben ganz großen Liebeskummer gehabt und helfen Leuten aus diesem Kummer rauszukommen. Es gibt Frauen, die wurden zum Beispiel beschnitten in Afrika und klären jetzt auf, um dass es abgeschafft wird, dass solche schlimmen Rituale gesehen werden und dass sie abgeschafft werden können. Und ich will dir auch gar nicht verbieten, diesen Schmerz, den du in der Vergangenheit hattest, ganz wegzulassen. Ich möchte dir einfach sagen, dass dieser Schmerz auch wichtig war. Dieser Schmerz, Schmerz kann ein super Antreiber sein. Ein großer Schmerz kann sagen, ich will das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Ich gehe jetzt voran. Ich möchte das nicht mehr. Das war bei mir so, wie ich so krassen Liebeskummer habe. Ich habe irgendwann Stopp gesagt. Ich habe gesagt, ich will das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Ich bin in totaler Vergebung mit diesen Menschen. Aber dieser Schmerz ist halt immer noch da und der ist auch gut. Der ist nicht mehr so präsent. Aber wenn ich darüber rede, merke ich schon, an welchen Stellen der noch manchmal sitzt. Und dieser Schmerz ist gut, weil ich das nicht mehr mit mir machen lasse. Dass ich weiß, dass dieser Schmerz da ist und ich stehe für mich ein. Oder es gibt auch so eine ganz schöne Geschichte, die ist mir jetzt erst wieder aufgekommen. Da muss ich ungefähr sieben oder acht gewesen sein. Ich war gerade in der Schule, so zweite, dritte Klasse. Da war so ein Schulbus, wo wir alle Schüler reingehen konnten. Und dort wurden uns Videos gezeigt von afrikanischen Kindern, die gehungert haben, die in der dritten Welt leben, die ja ganz aufgeblähte Bäuche haben. Da erinnere ich mich noch dran. Und ich als Kind, als sieben-, achtjährige dort stand und es nicht verstanden habe, ja, warum diese Kinder hungern. Weil ich habe da schon gemerkt, dass wir in den Supermärkten super viel haben und ich immer Essen hatte und ich habe es nicht verstanden, warum Kinder hungern müssen. Das hat sich bei mir ganz schön eingebrannt und das ist etwas, was jetzt gerade sehr wieder hochkommt. Oder ich habe dann auch so ein Heft als Kind gehabt, wo man schon gelesen hat, wie der Regenwald abgeholzt worden ist. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum wir das machen. Also diese Bilder von diesem abgeholzten Regenwald, das hat mich so, so traurig gemacht. Und ich weiß noch, es war so ein Mickey-Maus-Heft, da konnte man so eine Urkunde haben. Wenn man irgendwie zehn oder zwanzig Mark damals eingeschickt hat, dann hat man eine Urkunde bekommen und dann hatte man irgendwie ein oder zwei Quadratmeter Regenwald. Und meine Eltern hatten gar nicht so viel Geld früher und ich weiß noch, dass ich meine Eltern so angefläht habe, dass wir da dieses Geld hinschicken, weil ich halt diese Urkunde und diesen ein Quadratmeter Regenwald haben wollte. Und dieser Schmerz, den habe ich irgendwann verdrückt und habe gesagt, okay, ich als kleiner Mensch kann hier doch gar nicht wirken. Was soll ich mit einem Quadratmeter, wenn ich in dieser Zeitschrift so viel Zerstörung sehe und auch so viel Hunger? Und ich habe das weggedrückt. Ich habe gedacht, da kann ich eh nichts machen. Ich merke immer mehr, dass das meine Aufgabe ist und deswegen möchte ich auch, dass sie das immer mehr teilt, dass immer mehr Leute aufwachen, bewusst werden, was wir unserer Natur eigentlich alles antun und dass wir damit aufhören, Schritt für Schritt. Und deswegen ist mir auch Herzzeit, wird immer ein größeres Anliegen. Der Podcast wird immer mehr, die Energieheilung an Menschen wird immer mehr, weil ich möchte, dass unser Planet ein besserer wird. Und dieser Schmerz, der ist da und der ist okay, aber der lehnt mich nicht. Der lehnt mich nicht mehr. Der macht es jetzt, dass ich in Aktion treten möchte. Und meine erste Aktion war ja zum Beispiel, ich habe das ungefähr, dieser Schmerz ist jetzt so seit zwei Monaten akut wieder da und ich habe mir jetzt schon das erste Kind bei Plan International rausgesucht, was ich unterstützen werde oder schon unterstütze. Priyanka heißt sie aus Nepal und ich habe auch das Bild von ihr gerade hier auf meinem Schreibtisch und das sind die kleinen Schritte, dass ich eine Patenschaft übernommen habe. Und ja, es gibt da noch ganz viele andere Projekte, die ich unterstütze, mitspende, wo ich einfach sage, ich kann doch nicht so viel machen, aber ich kann kleine Schritte gehen und ich hoffe, dass diese Schritte immer größer werden. Also was ich dir sagen möchte, dein Schmerz soll nicht ganz weggehen. Der ist auch ein Antreiber. Und schau wirklich mal, was ist das in deinem Leben? Was hält dich noch so doll in der Vergangenheit, dass du nicht so wirken kannst, wie du wirken möchtest? Es müssen auch nicht so krasse Geschichten sein, wie eine Vergewaltigung oder ja, etwas anderes, ein Tod in der Familie. Das muss nicht immer was Schlimmes sein. Es kann auch etwas sein, dass du sagst, ich kann in meinem Business nicht so wirken, weil ich muss meinem Vater immer gefallen und ich muss immer niedlich sein und ich muss immer ihnen gerecht werden und deswegen kann ich doch nicht so ein freiheitsliebendes Business gründen. Oder dass du sagst, dass du andere kleinere Sachen hast, die dich irgendwie zurückhalten, wo du jetzt vielleicht gerade merkst, da komme ich irgendwie nicht weiter, weil. Und wenn du so einen Menschen in der Vergangenheit hast oder das auch jetzt gerade akut ist, dass er dich noch irgendwie zögert, dass du 100% Verantwortung übernehmen kannst für dein Leben und sagst, I go for it, ich mache das, weil ich bin dazu bereit, Glück zu empfangen, weil ich bin jetzt bereit, mein Leben zu übernehmen zu 100% und diese Macht wieder zu spüren, die ich habe in meinem Leben. Wenn du diese Person, Personen hast, dann würde ich dich bitten, dich in einen ruhigen Ort zu verziehen, wo du dich hinsetzen kannst. Wenn das jetzt gerade nicht geht, dann mach diese Meditation einfach später oder diese geführte Meditation. Und vielleicht, wenn du sie jetzt noch nicht machen kannst, kannst du auch nochmal einfach überlegen, welche Personen oder Ereignisse sind noch in der Vergangenheit, dass ich nicht sagen kann, ich kann zu 100% mein Leben gerade übernehmen, weil ich noch nicht vergeben habe. Und das Vergeben ist so, so wichtig, dass wir einfach merken, okay, ich kann dieser Person vergeben, es ist okay, was passiert ist, aber ich sage jetzt, das ist mein Leben und ich nehme mein Leben jetzt in die Hand und ich habe wieder die Kraft und die Macht dafür. Das heißt nicht, dass der Schmerz ganz weggehen soll. Also wenn du einen ruhigen Ort hast, setz dich hin, atme, wenn du deine Augen geschlossen hast, nochmal ganz tief durch die Nase ein und hauchen durch den Mund aus. Mach das gern noch ein zweites und drittes Mal. Und dass du hier ganz ankommst, erst mal für dich, dass du deinen Atem wahrnimmst, dass du deinen Körper wahrnimmst, dass du nochmal die Geräusche in der Umgebung wahrnimmst und dann ganz auf deinen Atem jetzt fokussiert bist, auf deine Empfindung. Und dann stell dir mal vor, vor deinem geistigen Auge, dass vor dir ein riesengroßer Lichttunnel ist. Dieser Lichttunnel umgibt dich und du kannst in diesem Lichttunnel sogar spazieren. Du gehst diesen Lichttunnel immer weiter nach vorne. Dieses Licht, das strahlt so doll, dass du immer weiter gehst, immer weiter gehst. Und am Ende dieses Lichttunnels siehst du die Person. Die Person, die dich jetzt noch in der Vergangenheit hält, die dir vielleicht etwas Schlimmes angetan hat oder auch etwas, was dich einfach nicht wirken lässt, jetzt in der Gegenwart. Stell dir diese Person vor und du weißt, dass du durch diesen Lichttunnel gegangen bist und dass du so beschützt bist, beschützt von mir, beschützt von meinen Spirits, beschützt von all den Zuhörern, die diesen Podcast auch hören, dass du keine Angst haben musst, dieser Person zu begegnen. Vielleicht hast du gerade ein bisschen Angst, vielleicht freust du dich aber auch, diese Person zu sehen. Alles darf sein. Fühl da mal rein, aber du weißt, du bist hier beschützt. Alles ist okay, alles darf sein. Schau mal, was die Person macht, wie sie aussieht. Vielleicht verändert sie auch manchmal ihre Gestalt. Schau sie einfach mit ein bisschen Abstand an. Und du weißt, das ist alles okay mit dir hier. Dieses ganze Licht um dich herum beschützt dich. Und dann nimm mal wahr, welche Verbindung du zu diesem Menschen noch hast. Ob da Lichtstrahlen oder so kleine Netze sind, die noch mit dir verwoben sind. Dass du merkst, irgendwas hält dich noch an dieser Person. Und du auch merkst, dass diese Verbindung vielleicht gar nicht mehr so akut da sein müssten. Dass du dich vielleicht auch wunderst, warum diese Verbindungen noch da sind. Stell dir das vor, diese Verbindung, diese Lichtverbindung zwischen dir und dieser Person. Und du weißt, alles ist okay. Und dann stellst du dir noch einmal eine große Verbindung vor. Die Verbindung zwischen deinem Herzen und die Verbindung von deinem Herzen zum Herzen der anderen Person. Versuch, die aufrechtzuerhalten oder entstehen zu lassen, auch wenn du denkst, oh, das kann ich jetzt gar nicht. Das ist zu viel. Denk dran, auch dieser Person ist vielleicht etwas angetan worden. Oder diese Person wollte es gar nicht so, dass dir das passiert. Oder dass du die Geschichte daraus machst. Versuch, du jetzt dein Herz für diese Person zu öffnen und diesen Lichtstrahl von deinem Herzen zu ihrem oder seinem Herzen zu schicken. Und dann merkst du diese Herzverbindung und diese anderen Verbindungen nochmal alles in Gänze. Und ab jetzt gebe ich dir die Macht und die Verantwortung, dass du all diese anderen Verbindungen kappen darfst. Außer die Herzverbindung, die bleibt da. Alle anderen Verbindungen kappst du, wie immer das jetzt auch aussieht. Ob du sie durchschlägst, ob sie einfach weggehen. Ob sie noch etwas anderes machen, so wabern und dann langsam weggehen. Alle anderen Verbindungen gehen. Außer deine Herzverbindung, die bleibt. Denn du weißt, wir sind mit jedem Menschen verbunden. Egal, was er oder sie gemacht hat. Und jetzt spür mal, wie sich das anfühlt, wenn du all diese anderen Verbindungen abgenommen hast. Wie dein Körper sich anfühlt, wenn du weißt, nur noch dein Herz und sein oder ihr Herz ist miteinander verbunden. Wenn dir das zu intensiv mit der Herzverbindung ist, dann darfst du sie auch ganz langsam wieder einziehen oder du hältst sie einfach. Und du jetzt dir noch mal sagst, dass diese Verbindungen alle gekappt sind. Dass du ab jetzt, ab heute diesen Schmerz vielleicht noch manchmal spürst, aber er dich nicht mehr lehnt. Dass ab heute du volle Verantwortung und volle Macht für dich hast und frei und so wirken kannst, wie du willst. Sag der Person nochmal, ich vergebe dir und ich vergebe mir zu 100%. Alles das, was passiert ist, ist passiert, damit ich so sein kann, wie ich jetzt sein möchte. Und ab heute wirke ich so, wie ich wirken will. Ich übernehme ab jetzt alle Verantwortung für mein Leben und gebe mir zu 100% die Macht über mein Leben zurück. Nichts hält mich mehr in der Vergangenheit. 100% Macht und Selbstbestimmung über mein Leben. Jetzt, jetzt, jetzt. Wiederhol das gerne nochmal. Ich übernehme ab jetzt alle Verantwortung für mein Leben und ich gebe mir zu 100% die Macht über mein Leben zurück. Nichts hält mich mehr in der Vergangenheit. 100% Macht und Selbstbestimmung über mein Leben. Jetzt, jetzt, jetzt. Vielleicht ist die Person sogar schon gegangen, vielleicht bittest du die Person jetzt zu gehen. Vergib ihr nochmal, sag, es ist alles okay. Wenn du magst, kannst du sie noch umarmen, all das, was intuitiv gerade in deinem Film passiert. Und dann leg nochmal jetzt, so wo du da jetzt sitzt, nochmal die Hände auf dein Herz. Atme nochmal in den Bereich deines Herzens und spüre nochmal dieses ganze Licht um dich herum, vom Lichttunnel. Dass du merkst, wie schön es ist, dass diese Verbindungen, die dich in der Vergangenheit gehalten haben, jetzt weg sind oder langsam weggehen dürfen. Atme zu deinem Herzen und lass deinen Körper nochmal dieses ganze Licht fühlen, dass du dein Körper nochmal dieses ganze Licht in deinem Körper ausbreiten lässt. Mit jedem Atemzug nimmst du dieses Licht auf und wirst immer mehr du, immer mehr Energie, immer mehr Herz, immer mehr Vergebung. Sag nochmal danke, 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 danke und dann kommst du langsam hier wieder an. Schau mal, ob du jetzt nochmal wieder tief durch die Nase ein- und ausatmen möchtest. Schau mal, wie du dich gerade fühlst. Vielleicht war das ganz komisch für dich. Vielleicht denkst du auch, ich muss das nochmal machen, weil ganz konnte ich diese Bilder noch nicht so greifen. Oder es war zu intensiv. Ich muss mir nochmal eine andere Minute Zeit nehmen, wann ich das machen kann, wo ich wirklich ganz ungestört bin. Wenn du geweint hast vielleicht. Für mich ist jede Session, die ich in meinen Praxisräumen gebe, wo geweint wird, so, so viel wert. Weil man sagt, wenn geweint wird, dann passiert Transformation, dann darf etwas wirklich gehen, dann verändert sich etwas in deinem Körper. Ich würde dich bitten, heute viel Wasser zu trinken, wenn du geweint hast, wenn es dir sehr nahe ging. Wenn du Fragen zu der Meditation oder zu diesem Vergeben hast, kannst du mir auch gerne schreiben. Wenn du weißt, dass jemand gerne vergeben möchte, kannst du den Podcast natürlich auch teilen. Und ich möchte dir einfach nochmal sagen, wie viel Kraft es hat, wenn wir alle sagen, ich übernehme mein Leben, so wie ich es möchte. Und ich mache es nicht mehr abhängig vom Außen. Ich mache es nicht abhängig davon, ob ich einen Freund, einen Partner habe. Ich mache es nicht abhängig davon, ob ich früher als Kind geschlagen wurde. Ich mache keine Person mehr dafür verantwortlich, dass mein Leben nicht so sein darf, wie es ist. Denn damit gibst du die Macht den anderen. Und ab heute hast du deinen Zepter wieder in der Hand und darfst deine Macht wieder spüren. Und das ist manchmal auch ganz schön crazy, diese Macht wieder zu spüren und zu wissen, alles, was ich mache, das mache ich. Ob ich scheitere oder nicht, das ist auch völliger Bullshit. Aber ich weiß, dass ich einfach so wirke, wie ich möchte. Und auch wenn ich mal scheitere, dann habe ich gelernt, dann kann ich weitergehen. Aber ich gehe weiter und ich bleibe nicht auf der Stelle. Und dadurch kann unser Planet eine Umdenke bekommen. Dadurch können immer mehr Leute angesteckt werden, dass du nicht mehr sagst, ey, ich möchte dein Mitleid auch gar nicht mehr hören. Ich möchte gar nicht mehr hören, warum du nicht so sein kannst, wie du sein möchtest. Hör auf, damit so zu reden. Wenn du solche Leute in deinem Umkreis hast und eh schon jemand bist, der das nicht hören kann, dann schau mal, ob du dich mit diesen Personen weniger triffst. Wenn es jemand aus deiner Familie ist, dann sei trotzdem liebevoll mit ihnen und sag oder denk dir, ja, ich versuche, das irgendwie auf ein Minimum zu reduzieren, diese Treffen. Treff dich mit Leuten, die das gleiche Mindset haben, die gleich denken, wie du denkst. Hör dir Podcasts an wie diesen. Teil das mit Leuten. Wenn du Podcasts, die dir gefallen haben, teils auch nicht nur meinen, dann wirst du auch in deinem Umkreis Leute anstecken und die werden auch umdenken. Und somit hast du eine Community, mit denen du dich auch austauschen kannst. Es geht darum, dass wir wieder bewusst werden. Es geht darum, dass wir unsere Macht zurückbekommen, damit unser Planet ein schönerer werden kann. Ohne Ego-Getue, in Liebe. Und das sind meine abschließenden Worte. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Mein Licht grüßt dein Licht. Deine Jenny. Namaste.